Baustoffprüfer ist seit 1940 ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf. Die derzeit gültige Verordnung über die Berufsausbildung zum Baustoffprüfer zur Baustoffprüferin gemäß Berufsbildungsgesetz stammt aus dem Jahr 2005. Ausbildungsdauer und Struktur Die Ausbildung zum Baustoffprüfer dauert regulär drei Jahre. Eine Verkürzung der Lehrzeit um sechs Monate ist bei entsprechender Qualifikation möglich. Es gibt im Berufsbild des Baustoffprüfers drei Fachrichtungen, die sich wie folgt gliedern. Asphalttechnik, Mörtel- und Betontechnik, Geotechnik. Zwischen- und Abschlussprüfungen werden durch die jeweils zuständigen Industrie- und Handelskammern abgenommen. Arbeitsgebiet Baustoffprüfer arbeiten in Laboren auf Baustellen und im Rahmen der Bauvorbereitung oder Begutachtung von Böden auch im Gelände. Baustoffprüfer kontrollieren und prüfen die Qualität von Baustoffen, Roh- und Hilfsstoffen, zwischen Produkten und die Eignung von Böden zur Verwendung als Baustoff und Baugrund im Hoch- oder Tiefbau. Im Bereich Asphalttechnik prüfen sie beispielsweise den Gehalt und die Qualität von bituminösen Bindemitteln, Zuschlaggemischen und die Eignung von Asphalten im Straßenbau. Außerdem werden ermüdungs- und verformungsorientierte Prüfungen durchgeführt. B. Triaxial-Spurbildungs-Stempeleindring-Kälte-Ermüdungs- sowie Biege- und dynamische Stempeleindring-Versuche. Des Weiteren werden auch Gesteins- und diverse Bindemittelprüfungen durchgeführt. Im Bereich Mörtel- und Betontechnik werden unter anderem Prüfungen an hydraulischen, latenthydraulischen und nichthydraulischen Bindemitteln, Gesteinskörnungen, Druck- und Biegezugfestigkeitsprüfungen an Probekörpern sowie Zugfestigkeiten an Betonstahl und Spannstahl durchgeführt. Im Bereich Geotechnik werden geotechnische Untersuchungen auf vielfältigste Art in enger Zusammenarbeit mit Geologen durchgeführt. Dazu gehören beispielsweise Sondierbohrungen mit Bodenansprachen, Plattendruckversuche zur Prüfung der Tragfähigkeit, axiale Schärfersuche, Korngrößenverteilungen, Konsistenzbestimmungen und Probeverdichtungen. Die Untersuchungen werden vom Baustoffprüfer im Rahmen der geltenden Vorschriften im Labor oder auch, wenn erforderlich, vor Ort durchgeführt. Die geprüften Baustoffe bzw. Materialien werden vom Baustoffprüfer anhand der Missergebnisse beurteilt. Im Zusammenhang mit Forschungsvorhaben, B an Hochschulen werden auch von den Nommen abweichende, eher experimentell ausgerichtete Untersuchungen durchgeführt. Baustoffprüfer finden Beschäftigung in Beton- und Asphaltmischwerken, Erdbaulaboren, Ingenieurbüros, Straßenbaubehörden. Außerdem in Materialprüfanstalten und Universitäten, Fachhochschulen bzw. deren Instituten, wo sie als technische Angestellte geführt werden. Berufsschule In Deutschland gibt es sechs Berufsschulen, an denen BaustoffprüferInnen unterrichtet werden. Beckum, Berlin, Braunschweig, Bremen, Selb, Hamburg Schraub, Bevorruf In Deutschland gibt es ein Schraub und Schraub. In Deutschland gibt es einen Schraub. Untertitelung des ZDF, 2020